So, da sind wir in der Universität von Valtek. Ein Regen für großes Glasgefäß. Wart mal nach. Stuhl sitzen, naja, die sitzen in Keramik, schade. Ein Regelungsterminal für junge Bewohner. Schau mal. An geht der Buttercup. Goldgelb. Das würde ich mir zu Hause sofort hinstellen, Alter. Alles hier mitten im Kattengift. Das ist schön, dass es hier auch so in so einem Kinderzimmer hängt. Das ist gut. Beziehungsweise in der Grundschule oder so. So, ja, das lesen wir halt alles recht. Andern mal. So, da kommen wir nicht lang, da kommen wir nicht lang. Ist nix, haben wir hier was? Nix, da ist nix. Alter. Häutchen! Bleib mal ruhig, Alter. Na, hoch gehen wir noch nicht. Ein paar Schrot können wir uns mal machen. Wom soll ich hier eigentlich wieder raus? Ich soll doch in die Universität. Oder nur einfach ins andere Gebäude. Wom soll das Projekt reagieren lassen. Kriegen wir hier irgendwas? Also wenn wir das durchlesen? Ah! Nein! Klicke mal zwischen dem Studio. Wird halt nicht. Alles klar. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Da haben wir was. Hier ist Wasser, da ist nix. Und hier ist schon Mais. Gemüteträger. Oh my god. Hey Junge. Schöpfköpfe. Was sind denn Schöpfköpfe? Da gehen wir gleich hoch. Lecker. Kuriosität. Das ist eine bodenlose Kuriosität. Ich glaube ich sollte nur zu viel Money verschwinden, ne? Hier ist nix. Hier ist aber wirklich gar nichts. Ja, wir sind überladen. Ich weiß. Ich weiß. Guck mal, jetzt steht aber auch 217 von 280. Also, das stimmt ja momentan noch ganz so gar nicht. Und ich denke mal, hier müssen wir nochmal hinkommen. Ich habe hier auf jeden Fall so das Gefühl. Darf ich? Dankeschön. Guck mal, was läuft. Müssen wir schnell stillen sind. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Nichts. Da sind Dose und Silberlöffel. Wandermüll. Sonst aber nichts. Traumzieher, Hackentrank. denn noch brauchst du nicht mehr oder jetzt auch nicht zu sehr verweilen guck mal mein skill 1 aber die anderen kann ich nicht öffnen das ist echt ganz gut dodge 1 der 0 ok mit o muss es noch mal zeigen wir sagen damit er fixet tork das könnte es nur sein oder? Nordstrom? Das und Daryl hab ich immer im Nord. Okay, von zu langer nicht. Oh mein Gott. Kannst du was trinken eigentlich? Hey, ich darf schon. Skill 3! Auf ein neues. Money! Ah ja. So. So. Neue Schurke. Zack. Und jetzt hier. Safestörung. Deaktivieren. So. Damit endest du dann. Bauplan. Basically. Ja. Medix. Redix. Too big. Also nur Kacke. Das hätte man sich oft an können. So. So. Hier war ich ja schon. Guck mal. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Ohne dass ich was verliere. Habe ich jemals übersehen mit den Perks? Oder? Ich hab keine Ahnung. So. So ist das Spiel ja auch eher unfertig. Guck mal. Jetzt werde ich wieder als überbeladen. Was ist das denn nicht? Was ist da los? Oh. Ich bin jetzt jetzt da. Ich geh mal hier einfach wieder raus. Was soll ich denn? Hier raus. Mann. 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 Besetzer. Ja. Nimm mir nicht mehr. Level 1. Was auch nicht mehr stimmt. Aber egal. Ich hab eigentlich gedacht die Stufe ist ein Level. Aber anscheinlich. Egal. Nein. Kleckerlecker. Darf ich mich wegen Dankeschön? Ähm. Da. Schön sieht sie ja aus. Muss ich mal zugeben. Aber wir müssen da lang. Gehen wir auch mal da lang. Na Kumpel. Was geht? Ich sie so gut wie gar nichts. Alles klar. Es war ein eigenständiges Haus. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ich weiß nicht. Wir müssen hier rein. Und dieses Gebäude ist noch größer. Oh Gott. Hey wo bist du? Noch Essen. Essen. Mal gucken wir mal was wir hier dann haben. Den nächsten Tagebuch einfach finden. Sollten wir ja wohl auch rein kriegen. Das ist natürlich auch alles voll hier. Erstmal hier lang. Auf Klo. Klo scheint aber nichts zu sein. Nöp. Entschuldigung. Entschuldigung. Arbeiten sie hier? Mal anscheinend schauen. Das ist Level 9. Das ziehe ich ja jetzt erst. Oha Klammer kann man nicht machen. Oh. Geilo. Okay das ist cool. Boah. 15 ist der. Boah. Junge Junge hast du mich voll erschreckt alter. Wir müssen uns dringend Schrotmoni machen. Dringend. Erstmal. Erstmal brauche ich ein... Black Rider Bureau. Nein ich brauche ein... Red Axe. Nee Strasse. Red Array brauche ich. Dann nehmen wir natürlich den verdünnten. Reicht der? Der reicht sogar. Alles klar. Und dann brauchen wir ein... Stimp Pack. Stimp Pack werden wir natürlich verdünnt. Das reicht locker aus. Dass wir davon so viel haben ist schön. Soll ich den hier als erstes hin alter. Da. Pfff. Oh. Das gibt so viel. Ja. Es gibt so viel. Ah sehr schön. Oh was... 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 Was konnte ich da machen? Da wollte ich ja nicht hin. Gehen. Einig. Leichte Rüstung. Brauche ich nicht. Outfits brauche ich auch nichts. Gegenstände verwerten. Erstmal. Zack. Kein ganze Schrott weg. Wenn wir auch irgendwann mal verarbeiten können. Irgendwann mal verarbeiten können. Häupte ja. Gann weg. die würde ich gerne behalten 8,4, Alter, willst du mich verarschen? Feuer hatte 43, okay, ja gut ist die Frage, lohnt sich das? Nein Kleidung haben wir nichts, die werden es rot ist und es ist ein Schrott da können wir wieder alles verwerten, oder? Gesamten Schrott Ja, nö, irgendwie nicht Ja, hallo Na gut Schrott Er macht es also nicht hier Gesamten Schrott macht er nicht Das heißt, wir müssen das alles per Hand machen Aja.. Aja, 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 Aja Ok, so jetzt haben wir ja genug Schrott erst mal verwertet Erstellen brauchen wir nichts können wir auch nicht Automatisches Forschungsterminal. Archivierte Protokolle. Hat er gelöscht. Schade, schade. Was sind wir denn da? Okay, dann setze ich die jetzt ernsthaft da hin. Wenn ich jetzt das mache, dann warte, warte, warte. Nein. Hier ist kein Platz. Was? Set? Foto-Modus? Ah, schade. Wo kann man denn da kein Foto machen? Ist ja auch lustig. Lass das jetzt mal hier legen. Nehmen wir jetzt mal nur das wirklich Wichtigste mit. Das, was mich halt interessiert. Wirklich Gesundheit. Ja, toll. Gute Box. Ist auch nichts. Duschen. Darauf kann ich sitzen. Ich will Wander damit fahren, aber nicht sitzen. Komm, nimm mal mit. Ah, da ist ja schon. Das ist schön. Puh, wir nehmen die erstmal. Dauert nämlich ganz schön lange, bis ich hier durch bin. Dauert. 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 Dauert auf drückt machte Evan mir einen Antrag, dieser dumm Kopf. Er wusste, dass ich nicht nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgend jemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Ja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich, Evan. Okay. Das klingt ja nicht so schön. Was ist denn da passiert, beziehungsweise wo sind die dann hingegangen? Frage ich mich gerade. Das ist ganz komisch gerade. So, der Injektor, der kann weg. Dann stellen wir mal was her. Können wir jetzt? Sind wir jetzt Level 2? Nee, bestimmt nicht. Nein. Natürlich nicht. Äh, was machen wir denn da? Den Schaden will ich ja behalten, Magazin. Ist da brand 2, Alter? Warum ist da brand 2? Das kotzt mich an gerade. Wirklich. Und dass wir so überladen sind. Also so maßlos überladen. So. 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 Jetzt sollte man an der Links wegmachen. So. 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 Wasser löscht. So. 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 Sahne. Das ist ein allwissendes Ding, Alter. Sahne. Wer kennt's nicht? Gut, weiter geht's nach Appalachia. Was? In welch sollen wir hin? In welch? Wir gucken gleich mal auf die Map, wo wir hin müssen, beziehungsweise was am nächsten liegt. Na komm. Und bitte. Ja, komm. Und bitte. Ja, ja. Jetzt. Jetzt aber. Komm. Er hat so einen Wurstfinger auf dem Bild, Alter. Sehe ich gerade. Das ist so ein richtig kleiner Wurstfinger. Nein, Speisenhunterungen will ich jetzt nicht machen. Alter, wirst du denn? Alter, willst du mich verarschen? So, das sind die ganzen Events. Willst du mich verarschen? Ich will... Das ist doch eine Macke, Alter. Da renne ich jetzt nicht hin. Nächsten Zeitpunkt kann ich da hinreisen. Kann ich nicht. Da könnte ich hin. Da könnte ich dann von da aus hin. Wir haben 23 Kronkorken, Alter. Was? 17 Kronkorken, willst du mich verarschen, Alter? Da war ich da auch schon. Ja, ja, komm. Wir machen das und dann von da aus da hin. Und dann haben wir zwei wieder erledigt. Ach ja, ich bin... Nervt mich ja auch noch so ein Typ, Alter. Ganz kurz. Einmal... Ja, nicht von dir, du. Ach doch, vielleicht von dir. Mal ein bisschen... Ja. So. Ähm... Sichtfeld... Äh... Gut. Ah, das passt gut. Ich bin Schärfe. Ich bin Schärfe. Ja, das muss schon an. Ich kann es nicht ganz so. Ja, das ist schon okay. Es ist zu. Rotter. Zack. Ja, jetzt müssen wir erstmal so viel Scheiß anbeliegen. Äh, Kryo-Granade, Molotow-Cocktail. Es wiegt ja alles nichts. Und sonst habe ich da ja auch nicht viel bei. Aber hier, ne? Was habe ich denn da bei, was so viel wiegt? Gewicht 1. Die Wackelpuppe, Alter, was? Machen wir einfach mal. Ähm... Ähm... Adikol... Alter, da abhängigen... Mit... Aber Abhängigkeiten, ah no. Hört in Durst. Hört in Hunger. Kann weg. Wackelpuppe, ähm... Ja, die wählen wir mal. Hört in Hunger und Durst. Wiegt auch nicht so viel. Das kann es doch nicht sein, Alter. Stimplex brauche ich auf jeden Fall. Stimplex brauche ich auf jeden Fall. Ähm... Warte, 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 warte mal. Ah, natürlich. Hier können wir das nicht machen. Also ehrlich gesagt, wir machen das da und dann können wir uns was bauen. Und dann können wir... Ja, das abladen, sozusagen. Scheiße, Alter. Wie viel... Boah. Das ist was. Guck mal, das wiegt ja auch alles nichts. Was dann verbranntes Buch, aber keine Ahnung, wozu ich das brauche. Ablegen. Technische Daten. Verbranntes Buch. Ablegen. So, ich kann ihn nicht ausrüsten. Ja, ja, ja. So, jetzt nehmen wir schon mal Schlüssel zum Save des Direktors. Ja. Äh, Mann, ey. Wie spoil, weil die wiegen auch, Alter, wie viel wiegen die fünf? Wiegen die Holos was? Nö. Nur Tüchen. Bauplan. Dann kann der auch weg. Der kann weg. Der kann weg. Naja, der... Es gibt ja nichts. Du musst die Rezepte echt mal alle... Ne? Oh, Schatzkarte ist alles echt gut. Der Schrott, der Schrott. Alter. Alter, wie soll ich denn 20 ablegen? Ja, ganz ehrlich. Guck mal, Munition wiegt gar nichts. Ein, wenn es hochkommt. Meist ist es wirklich... ...ne Kleidung, oder? Mit eins, eins, zwei, drei... Aber das brauche ich ja auch alles. Und Baseball-Granate... ...pfff... Naja... Mio-Granate, auch weg. Monitolf-Cocktail, weg. Splitter-Granate... Die brauche ich, Alter. Oh, 13, Alter. Pfff... ... great. Punktgang-Granate. Doch, nur zwei. Häh. Mio-Granate. Alles klar, hat sich erledigt. Mir Unaweilé Slayer. Ich bin mir schon mal etwas leichter, ähm... Ja, was? Das müssten wir eigentlich noch ablegen. Und dann wäre es okay. Splittergranate. Den können wir halt auch nicht aufrüsten. Och Mann, da sind die Leute so kacke hier. Das ist wirklich kacke. Guck mal. Wir gehen mal kurz da an. Vielleicht finden wir da was. Ach ja, ich kann... Ich werde noch durchdrehen. Das weiß ich, Alter. Das weiß ich einfach. Also mit dem Tragen, das müssen die noch wirklich anders machen, weil... Das ist... Ich weiß nicht, Realitätsnale ist es schon? Ja. Achtung, Responder. Die neuen Messungsmaschinen bei Mama durchschüssen sind endlich so weit... ...dass in die Zündung können, ...kirchen kann wie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik ...eintopf herstellen kann. Wir lieben uns. Es ist ein Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Ja, auch genug. Nee. Ja, gehen wir mal rüber. Ja, ist radio-tief, ich weiß. Mama möchte es Lebensmittelverarbeitung. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Das sieht so aus, das ist total nice. Gehen doch mal schneller, Junge. Ja, ja, ja. Ja. Ja, guck mal, haben wir auch eigentlich ganz schnell erledigt. Was ist das denn? Ach, hallo. Moin, kleiner. Geh. Ah. Ja, wo denn? Alter. Du kleine Scheißdinger, Alter. Hier haben wir nichts mehr, doch da drüben haben wir. Und da haben wir auch. Hier war auch gerade schon jemand. Ich meine, ist ja alles auf und so, ne? Braucht es irgendwas? Was? Geh mal. Boah. Ja, danach. Boah, bin ich. Geh mal. Willst du mich jetzt verarschen? Das Ding da. Alter. Ich glaube, es hakt jetzt. Ich muss gerade mal ein unverdünntes Stand-Pack nehmen. Dann kommen wir nach oben. Hier ist nichts. Dose. Hier ist nichts. Hier ist irgendein Kompensator. Ah, klar, Alter. Das Propagand. Achso. Hier sieht... Ne, ich brauche ja... Ich brauche ja einen Schaltplan. Okay, und ein Bier. Klar, nehme ich auch mal. Rinder, ey. Lecker. Oder so. Keine Ahnung. So, hier kommen wir nach oben. Da wurde die Schallungskrauben geschienen. Dankeschön. Raust der Wäfer am Arsch. So, für sich die Veränderstoffe Zutaten benutzen. Ähm. Wie soll ich denn da gehen? Alter, was? Okay. Achso, okay. Ich muss also alles mit dem... War hier was? Ne. Da war noch einer. Darum sind es zwei. Okay. Ähm. Hier noch welche? Nö. Und... Nö. Nö. Drei von fünf und drei von fünf. Alles klar. Klautze. Klautze. Was war es, Alter? Wieso ist doch noch ein Geist, Alter? Hinter. Hinter. Ich hasse euch. Ich hasse euch zu sehr. Ah, Zutaten. Sechs ziehen uns noch. Sechs Stück. Eins. Zwei. Zwei. Schauen wir mal das. Zwei. 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 und wie immer die frage ja wo ist denn der safe keine ahnung wo der safe sein oh alter die wollen die mal alle ah was passiert mit dir alter wieder wieder so ein ding geht das mit rein ey ja ja du kannst mich mal nicht vergessen wie viele das drin sind wieder ein propaganda und total schrott gut hier draußen werden die dinge ja wohl kaum sein denke ich mal da oben vielleicht da ganz oben könnten die sein ah ich sehe noch einen sonst ich glaube zwei fehlen noch ne ja 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 sollte vielleicht mal einen Stimpeg wieder nehmen nein noch komm schon so da hab ich mal einen Stimpeg machen wir mal zwei jetzt ähm weißt du was war das ich glaub das war nicht richtig so ok alter wie viel denn noch da damit viel noch alter na gut äh weiter geht's da kommen wir da hin ob hier noch welche sind aber hier scheint ja noch weniger zu sein ähm alter wo sollen denn die anderen sein bitte das ist äh heftig die Musik ist grad schön das gefällt mir na gut gucken wir mal wo die anderen sein sollen aber aber ernst ehrlich ich wüsste jetzt ah ok eins nichts ah zwei drei drei einer fehlt noch äh keine Muni mehr dafür natürlich nicht hab ich jetzt hab ich da meine Waffe nicht mehr auf doch nicht schon aber hier noch eine einer fehlt noch ein einzelner fehlt noch ein einzelner fehlt noch aha natürlich natürlich ich hasse euch so sehr alter ich hasse euch so sehr ich hasse euch so sehr da woher kommt ihr denn immer heilige heilige jetzt reizt mir alter jetzt reizt mir wirklich jetzt hab ich die schnauze voll so ich muss da auch irgendwie so das sollte es gewesen sein das ich sprich einfach in die kiste rein wieder ein stimpack nehmen ernsthaft leck mich jetzt jetzt reizt zack so das sollte es gewesen sein ernsthaft und ich hab noch 15 willst du mich jetzt verarschen? das ist doch jetzt ein schlechter Witz wo soll ich denn das jetzt noch herkriegen bitte f*** dich alter f*** dich alter alter leck mich doch am Arsch ey ne ganz ehrlich das mach ich jetzt nicht erzeugt keinen Bock mehr ja das erzeugt keinen Bock mehr das ist jetzt ich ziehe ich mich schon verarscht das ist verdammt nochmal echt echt scheiße ist zwar beta aber trotzdem ey leck mich mach ja nicht jetzt lauf wieder du fette Schweine ey komm lauf doch endlich alter mal ganz kurz hier rein warte warte ja 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 bitteschön willst du mich verarschen? f*** dich doch alter mach hin alter jetzt los warte wo bin ich denn gestorben wird mir nicht mal angezeigt ja geil alter 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 ich mich doch ja da ja mach hin boah ist das widerlich alter das größte problem ist wirklich ist wirklich die überladung das haben die wirklich beschissen gelöst und jetzt bin ich nicht mal bei der fabrik gerade so alter boah ist das widerlich alter ist das widerlich man den aluminium schrott brauche ich ja ich nehme jetzt nur mit was ich wirklich brauche goldschrott brauche ich auch nicht goldschrott brauche ich auch nicht goldschrott brauche ich auch nicht klebebarn brauche ich noch und später brauche ich nicht komm schnell komm 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 das korkschrott ja ne mit upferschrott losste schrauben was da zahnräder brauchen wir rogummi schaltkreisel wir haben jetzt 14 das heißt wir können die andere mission machen ja geil sicherung brauchen wir silberschrott brauchen wir stahlschrott brauchen wir und ein bisschen überladen natürlich fertig und war weiter der stoff und war das leder und war dünger zahle feuer brauchen wir ok terminal ja ja alter geht doch da runter meine fresse wenn nicht ja super ja alles klar ja da müssen wir jetzt irgendwie schrottlos werden haben wir irgendwie eine waffe zuviel oder sowas nichts wieso alles kaputt ey den pack superjahr brauchen wir sowieso nicht gewicht 1,5 willst du mich verhaken steht wieder her einen anfänglichen schub und tatsächlich brauchen wir nicht sehr voll sehr voll ja gehen wir zu R1 brauche ich ja sowieso nicht brauche ich nicht nicht ich mache jetzt nicht sowieso der cola kann ich trinken das ist gut dann red array aufbereitetes wasser können wir mal trinken zum beispiel auch weg jetzt habe ich da noch 155 ey was ist denn das für eine scheiße man bobo der token weg sonst bin ich nicht mehr ja toll alter ich muss noch 10 loswerden alter ja hab ich noch irgendwas was sie ja auch nicht ein hause ein das ist nicht noch mal schießen befehle nicht einfach sind ne da ist nichts drin alles klar oh nochmal Stahlschrott war glaube ich da Stahlschrott toll wenn wir da 100 abhängen das sind gerade mal 3 das ist doch nicht ja oh jetzt ist es für den Arsch jetzt ist es so für den Arsch bedäubendes Fleisch kann sowieso weg kurziges Wasser weg bedäubendes Gemüse weg warum haben wir jetzt überhaupt nur 155 sorry aber das verstehe ich nicht Zucker mit Kakerlaken gleich mit Kakerlaken gleich so was weg etwa am Ende ist plus wenigens plus ok alter es ist das ist sorry aber ich muss alles irgendwie loswerden das ist ist schon der Arsch das will ich einfach halten Zucker Blitze Buffout Rakete weg 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 damit ganz ehrlich sowohl wo war denn.... mit dem ähhhh onwards helm da ich schalte den wgf craften sender ein und der war Wo war der noch? Wo war dieser Sender? Traut Ich bin in deiner Ausbildung und anleck mich doch Im nächsten Gruppereintrag? Nein Sie sind da, im Umkreis ist ja eigentlich nichts Wo war denn das mit dem Sender verdammt nochmal? Das war doch, war auch hier irgendwo Ich weiß nicht ganz genau wo Da Ich habe keine Ahnung Okay, komm Wir reisen da hin Willst du mich verarschen? Alter, jetzt reicht es aber mal Alter, jetzt reicht es wirklich mal Also jetzt ist es wirklich mal gut, Alter Irgendwann reicht es wirklich, Alter Verpasst euch jetzt mal Alter, willst du mich verarschen? Alter Kriege ich gleich das große Kotzen, ey Nein Nein Ernsthaft Alter Jetzt Wirklich Wirklich einfach Ja Ich mach jetzt ganz kurz mal So Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Das ist Event Ja Da muss es ja Nein Da muss es ja hier sein Da muss es ja hier sein Zwinski verhüten Das ist doch echt für eine Arsche Ganz ehrlich Das ist doch echt für eine Arsche Was war das? Ich reiße jetzt trotzdem einfach mal hin Da mussten wir den Schaltkreis einlösen Bin ich mir zu irgendeiner Zahl sicher Ja Ja genau Genau Hier war das Jetzt kein Bock gegen ihn zu campen Jetzt einfach rein Ja 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 Macht bitte Wolls Tür mal zu hier So reparieren Ja Nutzen Nicht so schnell Junge Ja Danke 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 Oh Alter Jetzt darf ich dann doch da hin Alter mit den Wappen komme ich hier sowieso nicht weiter Alter Oh Mann Hör doch mal auf zu wackeln hier Ja lad nach Alter Töten 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 Geht nicht Ja super Wozu sind die Gasflaschen dann da Alter Ja Rennbus Alter Rennbus nicht Alter Ja Voll Idiot ey Ja komm Zwei 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 Vier Fünf Ja Alter Wir sind jetzt Mann Herrgott Alter So Nullfallmanagement Ja 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 So Übertragungsverband Na ja Was soll ich jetzt Was soll ich Was soll ich Egal 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 Oh Mann Oh Mann Oh ich kriege ich ja wirklich nicht Ich kriege ich ja mal in die Fresse ey Boah Nein Nein Alter Alter Wenn es so weiter geht dann Lösch ich das Alter Boah ey Dann regt sich echt immer mehr auf Dann regt sich echt immer mehr auf Dann regt sich echt immer mehr auf Ich brauche jetzt erstmal Ne das höre ich mir jetzt nicht an ganz ehrlich Läuft Klinger bin Was machen Sie hier blind ins Mäuel ins Maul halt Wir Aufseherlogbuch Kent McClintock vielleicht drehe ich langsam durch aber es war schön die Uniform anzuziehen und mit ein paar Roboter-Ausbildern so zu tun als ob Iich glaube ich habe sogar noch ein paar Dinge über das Schießen gelernt Ne Alter ich bin grad Jetzt, da ich in der Army bin, lautet da mein offizieller Titel Aufseherin Private oder Private Aufseherin? Mal sehen, ob ich ein paar automatische Identifikationssysteme täuschen kann. Ja, ich würde jetzt gerne mal was bauen, damit ich ein bisschen Scheiße loswerde hier. Tja, was haben wir denn hier? Nichts, dann nehme ich. Sie tragen keine Uniform, ja nicht. Und Sie haben keine Uniform, du Scheiße. Sie werden mit Helm und Kampfanzug der Army oder überhaupt nicht zurückkehren. Ne, keine Uniform an, alles klar. Hallo? Donnerländchen, da tun einem ja die Augen weh. Kein Gutschein, was? Sehen Sie mal im Protokoll der Drücken ab. Ein paar Rekruten haben sich abgesetzt. Vielleicht haben Sie einlegen lassen. Warte, welche... Ich bin jetzt... Protokoll, aber willst du mich jetzt... Pfff... Pfff... Lege eine Uniform an, setze... Suche in... Nach... Private Archibalds Uniform. Ach, wenigstens in der Waffenwerkbank, Alter. Nach Archibalds, hey. Vor allem Archibalds. Waffenbeißen. Huchenform. Wissens in der Zweckbank, ja, weißt du was, Zelda. Wir machen erst mal hier... Dann sehen wir uns gleich, äh, gleich wieder an der nächsten Folge. Diese hatte erst mal ein bisschen Überlänge gehabt. Und viel Nerven gekostet. Gleich mal frisch, hoffentlich weiter. Bis dann. redigiert. bitches D ...